Das werde ich nie vergessen. Einer der bedeutendsten Musiker dieses Jahrhundert. Schon als kleiner Junge hatte ich nur diesen einen Traum, Musik zu machen. Eine Musik, die die Herzen der Menschen öffnet. Er ist Dirigent, weltberühmt. Daniel Darius. Irgendwas führt er im Schilde, da bin ich mir sicher. Einen wie dich braucht er hier nicht. Mach, dass du wegkommst, du Idiot. Shake, shake, shake your hips. Kiss me in the way. Sie sollten wissen, dass zwischen den Menschen hier in New Soccer und da draußen in der großen, weiten Welt ein gewaltiger Unterschied besteht. Stellt euch vor, dass alle Musik bereits vorhanden ist. Wir müssen sie nur zu uns herabholen. Ich hab Angst. Das wird auf einmal so groß, dass ich plötzlich nicht mehr weiß, ob ich mich traue. Don't be with me. Aber ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich weiß noch, da war sie zwölf. Ist dies alles? Da hat sie Solo gesungen. Was ich jemals werde. Danach war es drei Minuten lang still. Du hast, du musst, du sollst, du bist. Man kann doch nicht gegeneinander antreten. In der Musik, das geht gegen alles, woran ich glaube. Wie kann Daniel wissen, dass es nicht gut für uns ist, nach Wien zu fahren? Zieh diese Kündigung zurück. Wenn man jemanden mag, wie kann man sicher sein, dass man ihn mag? Halt mich fest. Halt mich fest.